Und es ist Omega E des Zweikaps. Jetzt wäre es wichtig. Jetzt wird er die PNW. 2-0. 80. Minute. 10. Treffer. Jetzt ist er ein Vorgegenüber Cristiano Ronaldo. Und er ist lange kein Weltfußballer mehr geworden. Ein Champions-League-Titel wäre nicht unwichtig. 2-0. Erstmals gegen Neuer getroffen. Und dann gleich doppelt. Boateng hat schlechte Karten hier. Doch gegen diese Handlungsschnelligkeit ist kein Kraut gewachsen. Vollendet ist leider Zucker. Und jetzt ist er noch ein paar Jahre. 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 Vielen Dank.